Herzlich willkommen zur Gewinnerauslosung. Heute ist es so weit, dass ich die Gewinner bekannt geben kann, wer denn beim letzten Gewinnspiel gewonnen hat. Hier könnt ihr noch mal sehen, welches Video es gewesen ist. Es gibt fünf Zarude-Codes und einen Erweiterungspass. Was müssen die Gewinner tun? Sie müssen mir eine E-Mail schicken mit einem Screenshot von ihrem YouTube-Account und hier auch gerade mal ein Beispiel von mir. Die E-Mail-Adresse lautet melanie.chaoslady at gmail.com. Ein seiner Schluss ist der 4. Februar 2021, 23.59 Uhr. Wer nämlich seinen Gewinn bis dahin nicht einlöst, wird entweder erneut verlost oder in eine Geschenkbox verlost. Kommen wir nun zu den Gewinnern der fünf Zarude-Codes. Der erste Gewinner ist Alexander Luxa. Der zweite Gewinner ist Pokémon Champion. Den dritten Zarude-Code hat Miro gewonnen. Den vierten Zarude-Code hat Yvonne Ponce gewonnen. Und der letzte Zarude-Code geht an Felix Kalchgruber. Viel Spaß damit. Zu guter Letzt der Erweiterungspass. Der kostet 30 Euro im Shop und den hat mir Nintendo zur Verfügung gestellt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für dieses Gewinnspiel. Nun kommen wir zu dem Gewinner. Wer hat diesen tollen Erweiterungspass gewonnen? Das ist Lision. Viel Spaß damit und vergesst nicht deine E-Mail zu schreiben an mich, damit du deinen Gewinn erhalten kannst. Seid bitte nicht traurig, wenn ihr bei diesem Gewinnspiel leider nicht gewonnen habt. Ich hoffe beim nächsten Gewinnspiel habt ihr mehr Glück. Das nächste Gewinnspiel wird wahrscheinlich ein Abo-Special mit Geschenkbox sein. Bleibt auf jeden Fall dran und vielleicht könnt ihr an diesem Gewinnspiel dann teilnehmen. Wenn ihr die Aktion gut gefunden habt, dann lasst doch bitte ein Like da. Das wäre sehr lieb von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!